hallo und willkommen zu einem neuen video hier bei mir und heute stelle ich euch mal kanäle von meinen zuschauern vor und ja und ich stelle euch einfach ein paar coole kanäle vor wo ihr mal vorbeischauen könnt wir nehmen erstmal mobs tv er hat neu angefangen und ja macht minecraft videos und zurzeit auf der hive könnt ihr gerne mal vorbeischauen er hat sogar ein video mit mir gemacht da unten ihr seht mörder müsste mit flamme habe und ja es würde mich mega freuen wenn ihr mal bei ihm vorbeischauen könntet ja dann darinas channel sie macht zurzeit keine videos aber sie hat gesagt sie fängt irgendwann wieder an ja sie war auch eine von meinen kollegen und ja dann mmerlin er er war auch einer von meinen kollegen macht gerade auch keine videos flamme hat die zwei firmen das ist so ein kleiner zweitkanal wo es ein exklusives video von mir anzuschauen gibt da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen the game tv ja das ist und auch so ein minecraft kanal dann richtig tolle abonnenten und ein richtig toller kanal retro time das würde mich mega freuen wenn ihr mal bei ihm vorbeischauen das macht richtig tolle videos über ganz viele alte sachen über ganz viele retro sachen irgendwelche evolutions und ja dann die gamer youtube lp gibt es noch das ist auch so eher minecraft kanal und rocco hd das ist auch einer von meinen teammitgliedern der spielt minecraft auch manchmal auf unserem server und ja so und das war es auch schon wieder mit dem video lasten like und abo da und ciao